Bahnhof 2 für die Tiersens-Messor kommt Peter Schulze. Bahnhof 3 für den Aboullett zu ziehen und Pisa endlich. Bahnhof 4 für die Tiersens-Messor. Das ist der Tiersens-Messor-Vorlaustrechster für die jetzige Mittelfand, Kenny Messel. Für die Bahnhof 4 für das Tiersens-Messor-Stück-Team. Da war er, ja, tschüss. Bahnhof 6 für die Tiersens-Messor. Für die Tiersens-Messor, Isabel-Deboll. Bahnhof 7 für ihre Freundeskollegen, Marie Reutschke. Und für die Bahnhof 6 für die Tiersens-Messor, Isabella-Schlitz. Für die jetzige Weizens-Messor. Applaus Ich weiß nicht, dass wir das machen. Kommt man auf! Danke! Wohin ist hier! Ich weiß nicht, dass wir die Tastezeit machen, denn als ich das kankerische Musik Im Blick auf das Beste, wie planten wir in den letzten Die Silbermedaille 34,87, war damals im Zugort frei. Heute ist ein 25,34. Die Silbermedaille 34,87 haben nicht die Sorge. Du bist ein 4,8, 1. Und jetzt kommen wir zum Jager 2013.